Ich werde das doch nie wiederfinden. Hallo, ich habe die Jacke und ich habe das Ding, dass ich mir jetzt auch vollkommen egal durchgestorben bin. Da finde ich die 2W-Schneider, die war hier vorne irgendwo. Was ist das da? Ein kleines Horrorspiel mit den Backrooms. In welche Richtung war es? Ich weiß, die war hier irgendwo. Die war nicht so weit weg. War die hier? Ne, ich glaube nicht, oder? Hi. Ja okay, da war ich ja. Da habe ich den Mantel hier. Wo the fuck war der Klassenzimmer? Hier war der Pool. Den Flamingo muss ich nicht nehmen, oder? Ich weiß es nicht. Ne, kann ich nicht nehmen. Das ist eine fiese Falle. Ich weiß halt nicht mehr, wo ich hingegangen bin. Oh, da geht es weiter. Guck mal, da waren wir noch nicht. Da ist noch zu. Mach ich doch. Ne. Da, nehm den Kuhfuß. Ey, irgendwas ist noch ein bisschen seltsam. Jetzt geht's auf. Na, der hängt doch noch. Egal. Ey. Geh auf. Warte, wie? Ne, mit? Spinnt. Spinnt. Ach, der tickt. Er tickt. Oh, ich habe das als Ticken von den Uhren interpretiert. Das war glaube ich falsch. Oh. Puh. Dieses Taps, Taps. Ist das... Ist das... Ich habe mich als Ticken den... Von den Uhren interpretiert und nicht von seinem Gelaufe. Oh. Ja, aber ich sehe auch irgendwie... Ich brauche nur das Klassenzimmer. Ich habe doch den Code. Ich weiß nicht, wo es ist. Ah, hier war die Sackgasse. Ey, das ist auch so verwirrend, das Layout von dem Ding. Ich bin eh nicht gut mit Orientierung, aber das ist ja dann wie nochmal... Die Quadratur des Kreises, wie man so schön sagt. Dann gehe ich halt erstmal da durch. Vielleicht finde ich ja durch Zufall wieder den Klassenraum. Oh. Dem geht es nicht mehr so gut? Ich höre ihn. In der Nähe. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ach, ich glaube wir gehen weiter weg. Oh, ich habe was... War das was, was ich brauche? Ah, hier find 6 Items. Find all 6 Items in the picture. Find bags from the picture. Find... Beanie from the picture. Waisel from the picture. Ah, ah. Also ich baue noch den Bag, weil ich... Ach, das Picture ist das sechste Stück. Hä? Sechs Sachen von picture. Ich habe aber nur zwei gefunden. Seht ihr das Picture als item? I bag... Oh, den Bag, den hatte ich gefunden vorhin. Dann hat mich das Monster gefressen. Das ist ja gut, mein Gott. Dass ich mich alles einschreien muss hier. Ja, wo läuft das Monster? Hast du mich gesehen? Guck mal kurz verstecken. So langsam habe ich es verstanden, wie das Spiel funktioniert. Ich glaube ich habe ihn hier vorbeigezogen. Soll er aber nicht da lang? Ist es da lang? Ist es da lang? Ist es da lang? Very safe? Oh, das ist schon mal gut. Okay, this is very safe. Auch nicht so safe. Was war das? Das hört sich alles so niederlich an. Was? Knob, escape, just kill yourself. Ne, bitte nicht. Äh, Code473. Den hatte ich ja schon. Ja, nehmen wir Medizin mit. Was ist das? Ah, okay. Karte, Karte, Karte. Wo bin ich eigentlich? Map was found here. Ah, okay. Gate, Door, TV. Totem blocked. Was Totem. Kann ich die Karte mitnehmen? Ich muss jetzt einfach geradeaus gehen. Bis zwei Türen. Und dann weiter unten. Dann ist irgendwo ein Totem. Ach, Return. Okay, 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 okay. Ich muss ne gute... Ne gute. Wo ist der Monster? Ich kann's höher. Was ist doch hier irgendwo? Ist das das mit... Da wird Guide und Door gemeint. Ich kann einfach mal hier rein gehen. Das blaue Gate, das müsste passen. Gate ist ja zum Durchschneiden. Unten drunter ist ne normale Tür. Dann nochmal ne normale Tür. Dann ist ein großer Raum und relativ weit unten ist ein Totem. Und ein TV, das ist gut, ich kann ich speichern. Ich will hier gucken, was das Totem ist. Okay. 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 Die Türen sind da nicht eingesichert oben. Ist das das... Totem? Was sollte hier sein? Das sieht mir in einem Totem aus. Ah, das ist das, was ich gefunden hab. Das ist der Zug, das, 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 das. Ah, die sechs Sachen muss ich finden. Ah, okay. Nee. Okay. Follow the arrows. Okay, runter? Hier unten? Ah, da war ein Fernseher. Hier war ein Fernseher. Das war der Anfang. Kann ich hier nochmal speichern? Was? Speicher, bitte. Okay. Raus und dann einfach quasi nach rechts durch. Ich würde halt gerne mal speichern. Ich würde halt gerne mal speichern. Ich muss nach rechts. Sehr weit ruhig. Nicht das hier, das wir brauchen. Ah, da. Das muss das sein. Ja, mein Graffiti ist ja weg. Boah, das mit der Kamera ist echt stressig. Ja. Ich schau den gleich an. Ist ja okay. Der schiebt sich weg. Ja, wie krieg ich das jetzt auf? Ich hab den Code doch gefunden. Und dann muss ich den inspizieren. Den Code. Ah, okay. 3, 4, 7, 3. Neh, nehm mit. Take. 3 Sachen. Ne, 4. Das Foto gehört ja auch dazu. Ich gucke erst weg. Warte mal. Ich geh nochmal hin und gucke auf die Karte. Weil der Glocken... Äh, der Glockenraum. Der Uhrenraum. Ist ja auch hier denn hier. Okay. Ich bin im Klassenzimmer. Ich muss nach oben. Und dann nach rechts. Dann ist es zum Aufließen. Und eine Tür. Die Karte halt schon nice. Läuft doch gut. Ja, läuft gerade. Läuft gerade gut. Das darf das blöde Viech mich nicht sehen. Oh, da ist wieder so ein Schreier. Schreit mich doch jetzt gleich an. Okay, es hat ihn anscheinend nicht so gejuckt. Hier nach oben glaube ich. Tür. War das die richtige Tür? Ne, nicht so ganz. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Oh, Karten lesen finde ich nicht so gut. Weil die muss hier in der Nähe irgendwo sein. Zum Glück gibt's so Spinde. Einfach mal reingehen. Okay. Muss ich noch weiter? Woher kommt's richtig nah? Wo zum Henker bin ich? Ich glaube, ich muss nur ein Stück weiter. Ah, ich mach das Escape. Der ist schon ganz schön aufdringlich. Wie aufdringlich wird denn der noch? Ich muss hier glaube ich noch ein Stück weiter nach. In die Richtung. Wait, was ist das? Okay, ich kann hier aufheben. Ah, ich dachte auf der Kiste wäre was drauf. Ah, da ist er. Wo bin ich? Ah, da ist er irgendwo und spinnt. Ich häng fest. Wo bin ich? Ich häng auch fest. Ich häng auch fest. Ne danke, ich häng fest. Ah, aber leid. Ich hab auch festgebackt. Nein. Oh, bitte lass mich den Rucksack noch haben. Oh, die Karte. Ich konnte ja nicht speichern an dem Ding eben. Oder hab das gespeichert. Ja, natürlich hat's nicht gespeichert. Oh, mein Gott. 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 Vielen Dank.